Hallo alle zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Ich möchte mal eine Frage in die Runde werfen. Sehe nur ich das so, oder kann es sein, dass wir von paranoiden Verschwörungstheoretikern regiert werden? Und dass paranoide Verschwörungstheoretiker die alte Presse leiten, die Mainstream-Presse. Seit Jahren, bei jeder Demonstration, bei jeder Ansammlung von Menschen, die irgendwie regierungskritisch ist, seien es die Friedensmahnwachen 2014, Occupy, TTIP und so weiter und so fort, kommt doch immer wieder ein und dieselbe Leier. Zum einen wären angeblich die Menschen, sind nicht irgendwie mündige, selbstdenkende Bürger, sondern es sind Verschwörungstheoretiker, es sind rechtsesoterische Extremisten, es sind Aluhut, Schwurbler und wer war es am Ende? Na, genau, Putin war es. Das ist doch eine Verschwörungstheorie par excellence. Jedes Mal, wenn die Menschen irgendwo sagen, Moment, da läuft was schief und wir müssen uns nicht mehr anders zu helfen, als auf die Straßen zu gehen, packen die ein und dieselben Dinger aus. Sehe nur ich das so, da könnte da was dran sein, dass wir von paranoiden Verschwörungstheoretikern regiert werden. Ansonsten bleibt mir da wieder nur ein musikalisches Statement zu. Ich habe mir durch Zufall schon seit Jahren entliegt, das heißt Verschwörungstheorien. Mein Eleven, Eugenik, die Border Horizon, Bilderberger, wenn wir schon dabei sind, Umweltschutz, Terror, Globalisierung, irgendwer verkauft uns hier für dumm. 9-11, Eugenik, die Border Horizon, Corona, wenn wir schon dabei sind, Umweltschutz, Terror, Globalisierung, irgendwer verkauft uns hier für dumm. Irgendwer verkauft uns hier für dumm. Verschwörungstheorie, geistern durch die Köpfe, wann wird es geschehen? Drückt jemand auf die Knöpfe, schaue ich genauer hin, wird mir eines klauen. Ich kann nicht entscheiden, was ist Lüge, was ist wahr, was ist wahr. 9-11, Eugenik, die Border Horizon, Bilderberger, wenn wir schon dabei sind, Umweltschutz, Terror, Globalisierung, irgendwer verkauft uns hier für dumm. 9-11, Eugenik, die Border Horizon, die NATO, wenn wir schon dabei sind, Umweltschutz, Terror, Globalisierung, irgendwer verkauft uns hier für dumm. 10-11, Eugenik, die Border Horizon, die Border Horizon, negatively, OURI Viewers, Trotzdem komm ich nicht drum rum, mir sowas anzuschauen. Will ich nicht blind und dumm bezahlten Medien vertrauen? Als Mensch hab ich die Pflicht, auf diese Weltacht zu gehen. Egal was jetzt wohl stimmt, ich diene nur einem, dem Leben, dem Leben. 9-11, Eugenik, die Bote Horizon, Bilderberger, wenn wir schon dabei sind, Umweltschutz, Terror, Globalisierung, irgendwer verkauft uns hier für dumm. 9-11, Eugenik, die Bote Horizon, das Geldsystem, wenn wir schon dabei sind, Umweltschutz, Terror, Globalisierung, irgendwer verkauft uns hier für dumm. Irgendwer verkauft uns hier für dumm. Ich ziehe meine Schlüsse, was kann ich nur tun? Ich stelle dies und das in meinem Leben um. Schau achtsam, was ich brauche und wundere mich sehr. Welche Gaukelei lieb ich mein Leben lang hinterher? Hinterher. 9-11, Eugenik, die Bote Horizon, Bilderberger, wenn wir schon dabei sind, Umweltschutz, Terror, Globalisierung, irgendwer verkauft uns hier für dumm. 9-11, Eugenik, die Bote Horizon, das Wahlsystem, wenn wir schon dabei sind, Umweltschutz, Terror, Globalisierung, irgendwer verkauft uns hier für dumm. Irgendwer verkauft uns hier für dumm. Putin war's. Bye.